Jawohl! Beide wieder auf die Bühne. Dann darf ich vorstellen, wir haben sie beide heute noch nicht gesehen, also keine Neuläge geworden. Mit der Stadt Nummer 148, ja, Patrick Lehner. Mit der Stadt Nummer 149, ja, René Plaschek. Ja, das sind auf jeden Fall zwei Starter für die Europameisterschaft in der Klassik, das kann man jetzt schon sagen. Wäre schön, wenn Sie noch mitmachen, macht es in drei Wochen. Kommt einmal, zwei Schritte nach vorne, vielleicht. Eine Vierteldrehung nach rechts. Ja, gib du es. Die Ziege erkennt man da am ersten Weg jetzt noch nicht. Noch eine Vierteldrehung. Noch eine Vierteldrehung. Noch eine Vierteldrehung. Noch eine Vierteldrehung. Und wieder von vorne. Bitte einmal Platz tauschen. Doppelbittes. Und wieder von vorne. Lattissimus von vorne. Und wieder von vorne. Eine seitliche Oostpulver. Seitliche Pizzerpittlern. Dankeschön. Doppelpizzas mit Rade, bitte. Danke. Radissi muss von hinten. Danke an den von vorne. Bauch und Beine. Danke. Danke. Und Deinen Großmaskler Applaus zum Abschluss bitte. Super, Dankeschön. Bitte hinter die Bühne und vorbereiten aufs Einserfusen. So, wenn er bereit ist, nehmen wir bitte die Staten 148, Herr Patrick, Lena. Danke. 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 ски Applaus Dankeschön. Und jetzt die Startung 149, der René Plaschig. Applaus 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 Auf die Bühne bitte zur Siegerehrung, darf ich noch mal die Michaela von KepiFit und den Präsidenten der Napa Littau, und so weit hergefroren ist, wollen wir noch einmal auf der Bühne sehen, Herrn Modestas Puise, und wir machen noch 30 Sekunden Posta. Applaus Die Stadtnummer 148, Herr Bartek Leda. Platz 1, die Stadtnummer 149, Herr René Plaschik. Applaus So, bitte, der Zustell, der hier schon ein Foto. Applaus So, bitte, die Stadtnummer 149, Herr René Plaschik. Vielen Dank.